So, hier wird den Tag meine Damen und Herren, da bin ich ja quasi, mit diesem Gerät, in das ich hineinrede. Und letztes Mal hatten wir Dennis und Kevin, das war natürlich eine spannende Angelegenheit, das war also bewegend quasi. Und wir können darauf aufbauen, das ist ganz lustig, weil es gibt ja auch Jeremy und Pascal und da ist dann, die haben eine Geschichte hinter sich, man glaubt es kaum. Und das ist halt Tatsache, Tatsache mit Doppel-A, weil das ja gerade historisch auch belegt ist, mit dem Jeremy und dem Pascal, das ist ja ohne, ohne geht ja nicht, geht ja nur zusammen und von daher kann man das ja auch wieder mal irgendwie nachweisen. Und das ist ja heutzutage ganz schön schwer geworden mit dem Internet, mit dem Nachweisen. Nee, das ist ja jeder und heute und dann kommt dann noch Jerome und hast du nicht gesehen und wollen eigentlich die Geschichte von Jeremy und dem Pascal dann halt auch wieder. Aber das geht ja nicht, weil Jerome ist allein und Jeremy und Pascal sind zusammen. Und das ist dann nochmal was ganz anderes, Freunde, weil du hast ja dann auch eine Doppelte quasi. Und von daher, also es war schon irre damals und das möchte ich jetzt auch hier quasi nochmal betonen. Es ist ja eigentlich dann auch einzigartig und manchmal läuft das dann auch so. Und man muss das dann ja auch abwägen, was das Gute, was das Schlechte, wo und vorne und hinten. Nee, ich meine, du kannst ja nicht einfach und dann ist das so. Nee, 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 also der Dennis und der Kevin, das war ja damals mit dem Jeremy dann auch wieder. Nee, meine Fresse, also die Vierertruppe quasi, die haben sich ja nie gesehen. Aber indirekt sind die ja included, hatten wir ja schon mal, das Ding mit dem Inkludieren, weil das ist ja auch die entscheidende Sache. Und daraus kann man dann ganz viele Sachen auch fürs Leben für sich ableiten, weil sowas hast du halt nicht normal. Nee, so, und das war jetzt von dem Jeremy und die Pascal kombinierte Geschichte quasi. Nee, das musste jetzt auch mal wieder rausgehauen werden. Und ich freue mich, nee, wir sehen uns, wir hören uns. Bis dahin, Freunde, ne, seid auf der Hut, mit dem Hut. Bis der Händchen, ne. Herrlich. Nein, ich freue mich zur Seite. Vielen Dank.